Ihr Lieben, das PR-Team von der Feuerwehr Groß-Armerode hat sich etwas ganz Schönes für euch überlegt für die Adventszeit. Und zwar wollen wir euch für jeden Tag ein Türchen öffnen, vom 1. bis zum 24. An den einzelnen Tagen wollen wir euch die Feuerwehr etwas näher bringen und vielleicht den ein oder anderen noch motivieren, der Feuerwehr vielleicht beizutreten oder das Interesse wecken, vielleicht in den Feuerwehrverein einzutreten. Wir freuen uns, das mit euch teilen zu dürfen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen Dank.